Ich mache mal eine Packs hier, auf die ich mir jetzt hatte, erarbeitet habe, ist mir egal, Freunde, hopp. Hashtag Packluck hier rein. Oh, geil. Ich habe gute Perspektive für Insta gerade. Richtig gute Perspektive. So, Freunde, Packluck. Gönn dir, Bruder, gönn dir. Wow. Wow. So, dann hier auf. Och, wow. Wow. Ich brauche einen Walkout, wenn man testen, ob man dem Spieler Aachenfehler verpassen kann. Franzose, ZM, es ist, äh, todlich so. Donationas. Donationas. Ich brauche dich doch am besten noch so einen Spiegel an die Decke, dann kannst du so noch die Donations vorlesen. So, Jungs, komm jetzt aber. Ich brauche einen Walkout jetzt. Komm, du musst jetzt ein Set machen mit einem Walkout, Digga, sonst ist es scheiße. Ich glaube keiner mehr von dir, da muss ich 15er fahre. Ja, mach nur, ich brauche jetzt was. Walkout, ich brauche einen Walkout. Ich will gucken, ich will irgendwo einem Spieler, will ich jetzt hier was verpassen. Boah, Jungs, Ehre Champions League-Becher, Ehre. Promo-Packst du machen wir gleich auf, Freunde, weil da gibt es ja Pack-Battle, dann machen wir hier, komm. 15er für ein Walkout. Gibt es kein Walkout, Digga. Äh, äh, du hast das R10-Stirnband an. Von Ronaldinho. Ronaldinho. Mach, Momo, du köpst gerade. Stark, war guter Kopfball. Was machst du denn da für einen Scheiß? Richtig guter Kopfball. Hey, ich brauche einen Walkout. Ich brauche jetzt auch einer, mach mal was. Geil, Freunde, wir kämpfen. Boah, wie geil ist dieser Finder denn? Wir kämpfen wie damals beim, ähm, boah, Mario Gomez. Wir kämpfen wie damals. Mario Gomez. Mario! Ich kann ja auch so eine Brille aufziehen. Äh, äh, äh. Layboy Mario. Geile Typ. Das sieht aber schon echt aus, gell? Echt? Sieht schon echt aus, wie er da steht, der Kollege. Ach, sieh. Für alle, die gerade jetzt direkt reinkommen. Mario Gomez ist heute mal da beim Streamen. Komm schon, Freunde. Wir brauchen aus dem 5. Ja, da ist er. Schnell umswitchen. Da ist er und er ist blau. 15er. Kann doch gut sein. Telles. Oh nein. Nein. Shit. Lass ihn stehen, lass ihn kurz stehen. Ah. Guck die Karte an. Shit. Aber 15er ist da. Wow. Wie er sich bewegt. Wie gut ist das bitte? Wie gut ist das? Aber warum ist es kein Telles? Ich mach aus ihm ein R10. Oh nein. Wie gut ist das? Sehst du das? Ja. Wie wir ball jonglieren. Ja. Kann er auch mit dem Mund? Ne, der öffnet. Dachte Alan. Oh, Alan wäre auch geil gewesen. Was können wir noch verpassen? Hundeviertel erläuft bei dem Bruder? Ja, Freunde. Ist mir eigentlich auch gerade aktuell egal. Ich bin nur Facecam 1. Oh. Chicolo. Alhamdallah. Okay, Jungs, ich hör jetzt auf. Hör auf, mach was. Hör auf jetzt, Jungs. Haut rein. Event-Streamer sind online. Stabil. Aber da kamen neue Sets, oder? Nix. Danke für die 193 Euro beim VG-Shop. Diese Cover. Warum sind noch wieder drei Packs da? Ja, wir haben doch Dinger schon weggezogen. Doch, da kamen neue. Was denn? 50er kam neu. Weil wir haben doch, wir haben doch Ding weggezogen. Einmal vorne haben wir doch gerade... Ja, stimmt, ja. Die sind gekommen. So, welche, welche fahren wir hier an? Welches Produkt? Ja, hier erstmal. 5,5. Mhm. Handschlag, ne? Schnick, schnack, schnuck. Äh, leg du vor. Du weißt, dass vorhin bei mir gar nichts ging, ne? Alle, die haben assi wehgetan gerade, der Hieb, ne? Muss, muss. Wie gefällt euch Valencia 88? Ich muss sagen, das ist einer der besten RVs. Also so. Es ist Cancelo war immer stark. Da Costa ist aber der allerbeste, muss ich sagen. Cancelo, Valencia und, äh, der Aurea Sauria. Das sind so unsere Favoriten. Mein Games HD, Grüße aus Schwaben. Danke, Chef, ja, für die 2 Euro. Und da geht nix. Das Eiffelchen geht. Ja, Anzeige-Bug ist das. Ah, es waren das, waren das Ding. Wahrscheinlich waren die... 85er Koke. Geht nix, ne? Mike, Bro, haut neu raus. Dankeschön. Macht ihr mal ein Fantreffen Norden ab, Freunde? Vorhin kam auch noch eine gute E-Mail. Äh, dass wir dazu den Beta-Programm aktiviert wurden. Ob wir morgen eine Telefoniere kennen. Lalalalalalalala. Jerome, es haut in Fünfer raus. Grüße aus Hannover. Euch eine angenehme Woche. Timo, wo machst du Urlaub? Ich mache Urlaub in Dubai. Welcome to Dubai. Ich treffe dich mit meinem Kumpel Gummis. Ja, ah, geil. Scheiße, ne? Ich glaube, im Moment hast du echt ein gutes, äh... Was soll man fahren? Händchen, ne? So ein bisschen, glaube ich, zur Zeit. Chatpack geht nicht, Bratans. Muss ich hier 37.440 Monitore ausschalten. Und alles einzeln mit Wippe. So geil. So geil. Mario, komm rum. Wir machen die Sets auf. Wann ist der Urlaub? Nächste Woche Dienstag bis übernächste Woche Dienstag. Eine Woche. Du, wir Schweine hier. Ich werde den A-Ruf kriegen. Bruder, komm. Nimm die Maschine zurück. Ich bitte ein Ticket. Wallah. Wallah, dein Arsch. Ich zeige dir jetzt erst mal hier, wie ich mir hier schöne Walkouts ziehe. Hol Mario ran. Ja, der chillt daneben. Oh, komm schon. Spielt ihr Fortnite? Nein, aber wir haben jetzt einen Creator-Code bei Fortnite. Aktuell ist er noch TZ Schubach1990. Wir wollen auch mit einem Lamborghini fahren. Ja, Support the Creator. Support the Lamborghini heißt er bei uns, Jungs. Hey, mach doch eine Deason. Ey, was hattest du für einer? 85er, Saul. Niemals. Ich höre auf alles. Jetzt soll man jetzt sofort den Sack abfallen. Würde mich mal interessieren. Hat einer Fortnite-Freunde. Boah, ich geh. Ob der geht? Ah, Koke war's. Oh, nein. Sorry, Jungs, Koke. Hat er 85 trotzdem, ne? Ja. Scheiße. Gibt's das doch gar nicht. Kannst du mit einem Koke gewinnen? Nee. Es gibt jetzt einen Walkout. Boah. Boah. Er gewinnt mit einem Koke. Hat einer Fortnite. Ohne Scheiß teste den Matizi Schubach1990. Ich mach kein Auge, Jungs, auch Lambo. Testet mal, ob das geht. Also, Jungs, wir machen das jetzt so. Wenn der Handschlag bei Simon jetzt richtig schön knallt, dann müsst ihr unseren Creator Code verwenden. Oh, Weixer. Aber nur, wenn er richtig schön knallt. Ihr stimmt ab. Ihr stimmt ab. Ja, der geht. Ja, der Code geht. Verlinkt uns bei Insta. Verlinkt uns bei Insta. Oh, du, ach, du... Heiliger Bim Bam. Äh, äh. Das ist aufgeplatzt, du Pisser. Ja, was soll ich machen? Ist halt knalle Müssen. Support the Creator, oder was? Support the Lamborghini, hieß er bei uns. Der ist Tisi Schubach1990. Hat er geknallt, Jungs? Ich kaufe eh nichts. Freunde, es ist auch sowas von egal. Tragt den Code auf Ehre ein. Maschine, Digga. Uff, was ist passiert, Alter? Für Support the Lamborghini? Muss man das mal machen. Gehört er euch? Ja, wir wollten eigentlich Tisi Schubach, aber irgend so einer hat einfach den Code schon verwendet. Jetzt haben wir das mal geklärt, ob das funktioniert. Tisi Schubach1990 müsste da heißen. Aber Geldgeier, natürlich Geldgeier, Junge. Wir haben gehört, dass dort gut Geld läuft. Da haben wir gedacht, da müssen wir uns Arbon-Code machen, oder? Naja, sonst geht da nix, ne? Ne, wir spielen keinen Fortnite, Freunde. Also bis jetzt mal noch nicht. Zwei Partien mal gemacht oder so. Alle die, die uns bei Insta markieren und Tisi Schubach1990 als Creator-Code eingetragen haben, haben die Chance auf... Geht wirklich? Äh, geht. Geht wirklich? Alter, richtiger Ehrenbruder. Sind wir noch zurück? Ja, das sind so viele grad. Alle, die uns markieren auf Insta, haben Chance auf den Fuffi von VGO. Du betreibst wieder komplett, du Geldgeier, Alter. Ja, aber dann... Ey, Digga, denn sollen sie auf Ehre auch was haben. Bester Creator-Code. Ich weiß gar nicht, wie läuft das jetzt überhaupt ab? Keine Ahnung. Wir haben uns damit überhaupt null beschäftigt. Einfach nur aus Spaß gemacht, weil Benji gestern... Oh ja, Eusebio. Weil Benji uns gestern reingeschickt hat. Da dachte ich so, ja komm, testen wir uns alle auch mal aus, ne? Das geht tatsächlich. Das fickt dich jetzt, ne? Warum geht das? Das ist ja richtig Ehre. Ja, aber eigentlich... Aber dann müssen sie das jetzt eigentlich lassen, ne? Wäre halt auf Ehre, wenn... Wenn es halt bei FIFA ging, Jungs. FIFA ein Creator-Code. Das wäre krass. Das wäre ultra sick, ey. Das wäre so geil, man. Wenn EA das wirklich einführen wird, ne? Das wäre ultra geil. Dann könnten auch wir immer wieder... Guck mal bei den E-Mails, ob die rausgegangen sind. Aber ich habe die dem eigentlich geschickt. Jungs, das wäre halt echt Ehre, ne? Wenn... Wenn das ginge. Auf euch erst immer verlassen, Digga. Ey, ich muss jetzt mal kurz... Komplett jetzt aus der Spur hat er mich gebracht mit seinem Scheiß. Guckt euch das an, Jungs. Du lebst, Alter. Du lebst heute im Stream. Trauben mit Eiswürfeln, Alter. Du lebst heute im Stream. Ja, ich kümmere mich halt ein bisschen um uns, ne? Ich höre keine Traube, du kannst dich selber fressen. Alles, was ich immer von dir vermisst habe. Sogar die Kernlose. So was, was... Ey, jetzt mal helfen wir mal kurz, das ich jetzt hier mitnehme.